Was geht ab leute Seid ist wieder da und zwar mit dem neuen Kapitel Review zu One Piece Kapitel 942 mit dem wunderschönen Titel Hakumais Daimyo Shimotsuki Yasui und direkt beim Titel können wir auch eigentlich mal bleiben, denn der Titel verrät uns schon ein interessantes Detail. Und zwar ist uns der Begriff Shimotsuki in One Piece nämlich schon mal begegnet. Wisst ihr noch wie Zoros Heimatdorf hieß? Na ratet mal. Genau. Shimotsuki. Die Frage ist jetzt hierbei ist das einfach nur eine zufällige Verbindung? I don't think so. Hier besteht jetzt die Möglichkeit das nämlich Wano Kunis Samurai dieses Dorf gegründet haben. Wie ich darauf komme? Naja ganz einfach. Ein Fan hat mal oder eine Frage gestellt und zwar haben wir schon mal einen Charakter aus Wano Kunis gesehen? Oder antwortete daraufhin und sagte ja nicht so direkt aber ihr habt schon mal einen Verwandten gesehen von einem aus Wano Kunis. Und hier stellt sich jetzt natürlich die Frage wer könnte dies sein? Die erste Vermutung wäre ja erstmal Zorro. Wir glauben ja schon lange dass es eine Verbindung von Zorro zu Wano Kunis gibt. Aber es gibt da auch noch einen anderen Charakter der eine mögliche Verbindung nach Wano Kunis hat. Und das ist Zoros Schwertmeister Koshiro. Wir wissen bisher nicht woher er kommt, wir wissen nicht woher er eben diesen Samurai Kampfstil beherrscht und wie es so er es anderen Leuten beibringen kann. Eine mögliche Erklärung wäre eben dass er ursprünglich aus Wano Kunis kommt oder zumindest einer seiner Fortfahren von denen er das gelernt hat. Oder schürt diese Theorie auch noch ein bisschen mehr denn er sagt vor Jahrzehnten sei anscheinend ein Schiff von Wano Kunis im East Blue gelandet. Die Frage stellt sich hierbei erstmal wo? Es könnte doch durchaus sein dass sie eben auf einer unbekannten Insel gestrandet sind und dort eben das Dorf Shimotsuki gegründet haben. Möglicherweise war einer der Vorfahren von Yasui mit auf diesem Schiff und hat halt eben dort das Dorf gegründet. Möglicherweise wollten sie nicht mehr nach Wano Kuni weil eben die Grenzen geschlossen worden sind oder sie konnten aus irgendeinem Grund einfach nicht mehr nach Wano Kuni. Und das würde die Vermutung nahe legen dass möglicherweise Koshiro vielleicht ebenfalls mit Nachnamen Shimotsuki heißt. Koshiro Shimotsuki. Wäre zumindest interessant. Die andere Möglichkeit wäre natürlich dass Zoro jetzt den Namen Shimotsuki vielleicht hat. Aber das würde ich ein wenig weiß ich nicht. Also Yasui und Zoro verwandt ich glaube auch nicht dass ich das unbedingt haben möchte. Aber auf jeden Fall ist das eine interessante Verbindung die wir jetzt nun herstellen können von Zoro rüber nach Wano Kuni. Zuallererst sehen wir einen kleinen Flashback und zwar sehen wir endlich Yasui in jüngeren Jahren. Er wirkt deutlich maskuliner mit mehr Ecken und Kanten im Gesicht und unterhält sich gerade mit Oden Kotsuki. Denn Yasui sagt Oden soll endlich mal in die Pötte kommen damit er endlich der rechtmäßige Shogun werden kann wenn sein Vater der jetzige Shogun stirbt. Oden interessiert das ganze aber irgendwie herzlich wenig. Denn das einzige was Oden möchte ist zur See zu fahren. Ihm ist das ganze einfach zu langweilig und er sagt ja ich wurde sowieso aus dem Schloss geschmissen. Ich bedeute hier im Grunde nichts mehr. Und auf der Straße sagen doch eh schon alle Yasui. Du sollst der neue Shogun werden. Ja das war eine Sache die Yasui nicht gerne hört und gibt erstmal Oden eine ziemliche Schelle. Blöd wie ihn. Naja auf jeden Fall nach diesem Flashback gelangen wir wieder in die Gegenwart wo eben genannte Yasui natürlich immer noch am Kreuz genagelt beziehungsweise am Kreuz gefesselt ist. Das ist ja nicht Jesus. Naja gut. Wieso hat sich Oden dafür entschieden ihn zu fesseln und nicht zu nageln. Das wäre doch viel theatralischer gewesen. Egal das ist jetzt eine ganz andere Sache. Auf jeden Fall drängen immer mehr Leute rüber zum Exekutionsplatz. Darunter auch eben Leute aus Yasuis momentanem Wohnort und Ebisu Town. Alle mit ihren grinsenden Gesichtern und wollen Yasui natürlich befreien. Problem an der Sache. Orochi hat dort seine Unterlinge alle hingestellt die eben den Exekutionsplatz beschützen und zu allem Überfluss befindet sich auch noch X-Drake dort. Deshalb ist ein Eindringen ja eher unwahrscheinlich würde ich sagen. Auch Yasuis Tochter Otoko und auch Brook, Zoro und Hiyori sind immer noch auf dem Weg zum Exekutionsplatz. Ob sie es rechtzeitig schaffen. Verzähl ich euch gleich. Und plötzlich fängt Yasui an eine Rede zu halten. Er erzählt wie schön Wano Kuni ist und dass der Kutsuki Clan das so lange gut regiert hat und dann kam jemand wie Orochi so ein niederes Lebewesen und hat letzten Endes alles zerstört und alles kaputt gemacht. Dazu sagt er auch noch dass er den Plan den er ja vorher irgendwann geleakt hatte, den Plan der Samurai Ming Strohut Allianz, es einfach nur frei erfunden hat. Es war alles nur ein kleines Späßchen und es tut ihm so sehr leid, dass wegen ihm so viele Leute im Gefängnis gelandet sind und so viele Leute leiden mussten. Naja, das einzige was er damit erreichen möchte ist, dass sowohl Orochi als auch Kaido als auch die Leute in Wano Kuni einfach nicht mehr an diesen Plan glauben. Dass sie einfach denken das war wirklich frei erfunden, so damit die Samurai Ming Strohut Allianz eben wirklich im Geheimen agieren kann, um Kaido und auch Orochi zu stürzen. Ich weiß nicht, also das ist halt schon ja ein ziemlich riskanter Plan, denn ich meine, sind Kaido oder Orochi oder auch die Leute aus Wano Kuni wirklich so dämlich und glauben jetzt daran, dass das ganze einfach nur ein Spaß war? Ich meine, ist Orochis Angst stärker als eben diese Missglaube zu Yasui? Puh, bin ich mal echt schwierig, ob das alle wirklich so einfach schlucken. Aber gut, es ist jetzt mittlerweile einfach der einzige Weg im Grunde, wie dieser ganze Plan überhaupt noch funktionieren kann. Naja, um den ganzen Exekutionsplatz rum stehen noch weitere Leute, die wir kennen und zwar zum Beispiel Shutenmaru, der das Ganze beobachtet oder auch Inuarashi und auch Kinemon und die sind natürlich sehr erschüttert von dem, was Yasui da erzählt. Aber das Gute an der Sache ist, die verstehen direkt mal, um was es geht und sind Yasui natürlich sehr, sehr dankbar, dass er sich im Grunde selber opfert, sich selbst als Sündenbock hinstellt und sich selbst lächerlich macht, nur damit der Plan funktionieren kann. Orochi kommt nun auch endlich am Exekutionsplatz an und interessanterweise hat er auch direkt mal ein Gewehr in der Hand. Er ist natürlich ziemlich pisst auf Yasui und von dem, was er erzählt. Denn Yasui macht Orochi nun mal die ganze Zeit schlecht und dass er niemals eben an einen Shogun wie Oden rankommen würde. Und das Ganze macht Orochi wirklich so wütend, dass er seine Knarre nimmt, zielt und abdrückt und Yasui direkt erwischt. Und auch die ganzen Leute von Orochi schießen mit ihren Gewehren auf Yasui und durchlöcheln ihn einmal komplett auf dem Kreuz. Das ist wirklich eine Szene, wow, richtig krass. Also sowas habe ich glaube ich in One Piece bisher noch nicht gesehen, zumindest so eine richtige Exekution. Otoko ist leider mittlerweile so nah am Exekutionsplatz, dass sie das Ganze nämlich beobachten muss. Natürlich immer mit einem Lachen, aber sie weint dennoch. Und das muss für sie wirklich eine schreckliche Szene gewesen sein. Plötzlich bricht tosendes Gelächter aus. Die ganzen Leute aus Ebisu-Town und sogar Yasuis eigene Tochter Otoko fangen auf einmal das Lachen an und sagen, er ist tot. Er ist wirklich tot. Und heulen aber trotzdem gleichzeitig. Zorro, der mittlerweile auch in der Masse steht, wird so richtig angepisst. So, hey, da ist gerade eine gestorben. Warum lacht ihr? Was ist so verdammt lustig daran? Und möchte am liebsten die Leute direkt mit seinem Schwerteimer im Zack. Aber er wird zum Glück von Hiyori aufgehalten, die wirklich unter Tränen aufgelöst ist mittlerweile. Und sie erklärt ihm auch, wieso die Leute aus Ebisu-Town immer noch lachen? Denn das Problem an der Sache ist, sie können nicht anders. Egal welche Emotionen sie fühlen, sie müssen immer lachen. Und anscheinend ist das die ganze Schuld von Orochi und Kaido und ihren Smile Teufelsfrüchten. Und das ist ein wirklich extrem interessanter Satz, denn was haben die Smile Teufelsfrüchte damit zu tun, dass die Leute aus Ebisu-Town die ganze Zeit lachen? Und wie ich schon gestern in meinem Spoiler-Video erwähnt habe, macht diese ganze Verbindung eigentlich sogar in irgendeiner Form Sinn. Denn wenn wir es mal überlegen, die Dinger heißen Smile Teufelsfrüchte, Lach Teufelsfrüchte, also Lächel Teufelsfrüchte. Und die Leute aus Ebisu-Town lächeln halt die ganze Zeit. Wenn wir dann noch rüber an Dressrosa denken, gab es ja damals solche großen Tanks, wo eben so eine Flüssigkeit drin war, mit der irgendwie die Smile Teufelsfrüchte hergestellt worden sind. Und auf diesen Tanks stand eben SAD, also sad, das englische Wort für traurig. Und da ist halt wieder diese Korrelation zwischen Smile Lächeln, SAD, traurig. In irgendeiner Form scheint es für mich irgendwie so, als wäre den Leuten eine Art Essenz genommen worden, die wäre in diesen Tanks abgefüllt worden und mit diesen produziert man eben diese Smile Teufelsfrüchte. Und diese Essenz, die entnommen worden ist, war in irgendeiner Form die Möglichkeit Trauer zu empfinden, beziehungsweise Trauer mit seinem Gesicht mimisch darzustellen. Und dadurch, dass das von den Körpern von den Leuten entzogen worden ist, können sie halt eben nur noch lächeln, da es nämlich die Mimik Trauer bei ihnen nicht mehr gibt. Ich meine, ich weiß noch nicht so wirklich, wie das Ganze funktionieren soll. In irgendeiner Form hat es ja mit einer Flüssigkeit zu tun, denn der SAD Tank war ja voll mit Flüssigkeit. Wie man flüssig irgendwelche Emotionen herausziehen kann, I don't know. Aber in irgendeiner Form wird es da schon eine Erklärung geben und ich werde da auch mal die nächsten Tage drüber nachdenken. Und möglicherweise finde ich ja eine Antwort, vielleicht auch nicht, vielleicht auch ein anderer Theoretiker, gibt ja mittlerweile genug da draußen. Naja, aber auf jeden Fall ist es wirklich sehr, sehr spannend und man muss wirklich sagen, oder? Hut ab. Obwohl das eigentlich so offensichtlich ist mit dem Namen Smile und SAD und den Leuten, die jetzt eben die ganze Zeit lächeln, ist irgendwie keiner wirklich drauf gekommen, dass es in irgendeiner Form einen Zusammenhang gibt dazu. Einziges Problem, was ich an sich damit habe mit dieser Sache ist, selbst wenn es jetzt wirklich ist, dass irgendwas aus den Körpern entzogen worden ist, wie ist es dann von Wano Kuni nach Dressrosa gekommen? Beziehungsweise wieso? Hätten die das nicht auch einfach diese Forschungsstation in Dressrosa aufbauen können? Oder brauchten sie halt wirklich diese Tonnen Tatas, die kleinen Dinger, die halt irgendwie diese Pflanzen so gut züchten können? I don't know. Wir werden es auf jeden Fall erfahren. Vielleicht nicht im nächsten Kapitel, da vor allem nächste Woche ja kein Kapitel kommt. Aber vielleicht irgendwann im Laufe des Wano Kuniaks und wir entschlüsseln das Geheimnis der Smile Teufelsrüchte. Und das war es auch schon dieses Mal mit diesem Kapitel. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, einmal auf den Abo-Button klicken. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Vielen Dank.